Diese Arbeit für den Kunden Loast ist eigentlich ein schönes Beispiel meiner Industriefotografie, eine Kombination aus Porträts, aus Momenten aus der Produktion. Bei diesem Projekt, was wir an verschiedenen Standorten in Deutschland fotografiert haben, war die Agentur mit dabei, also der Heiko war mit dabei, hat mitgeschaut, er hat wir Kunden in Sachen zeigen. Denn Loast kennen wir seit vielen Jahren, auch seine Arbeit. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig in der Zusammenarbeit zwischen dem Fotografen und der Agentur und auch dem Kunden natürlich dann, dass man das Gefühl hat, jeder bringt den Prozess weiter. Die Aufgabe in einem Industriebetrieb ist immer auch in Bereichen, wo es vielleicht nicht sehr modern aussieht, aber eigentlich die Produktion doch sehr modern ist. Das visuell umzusetzen, das ist natürlich auch eine Kunst für den Bildgestalter. Was ich sehr bewundernswert an ihm finde, dass er diese Ruhe ausstrahlt in der Zusammenarbeit. Heiko konnte mir eigentlich in drei Sätzen die komplexe Aufgabe erklären und ohne große, lange Briefings wusste mir, was zu tun ist. Er ist so fokussiert und konzentriert auf ein Bild und man spürt das richtig, aber gar nicht abweisend dabei, also keine Diva und überrascht dann mit Bildern, mit Bildaussagen, die er einem zur Verfügung stellt und man denkt, wow, super. Das ist genau das Weiterentwickeln, nicht stehen bleiben an der Idee, die die Agentur irgendwie am Rechner entwickelt hat, sondern in die Bilder reingehen, in die Bildsituation reingehen und das schätzen wir sehr, sehr an ihm. Die Tatsache, dass wir in Schwarz-Weiß fotografiert haben, kam mir natürlich sehr gelegen. Das eine Art der Fotografie ist, die die Sache sehr reduziert. Man kann sehr grafisch arbeiten, es ist super modern, weil durch die grafischen Elemente, durch Farben leuchten plötzlich Schwarz-Weiß-Aufnahmen und man reduziert es eigentlich auf den Kern der Sache.